Robert Schleck, der Karl-Heinz Schuster, eigentlich die Pünktlichkeit in der Person, aber die drei Jungs, die sind ja hier gut eingelebt, die werden jetzt schon schauen. Vielen Dank. So, am letzten Mal ein Spiel vielleicht mit einem besonders kräftigen Bayern, gegrüßt nach großartiger Leistung, wenn auch Niederlage am letzten Wochenende im Frühwetterspartner TV-Hilberstein.